2x Alter! Ne, da geh ich jetzt nicht mal auf den Tisch. Muss nicht so instabil das sein. Hi. Bei mir ist Chris. Ich schieße dir das Glitter weg, falls du hörst, warum ich schieße. Aber ich bin so glücklich. Äh. Uuuuh. Jordan. Das ist ne Junge. Irgendjemand ist tot? Chris, bist gestorben. Chris, ja. Oh, jetzt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand... Ey, also zur Verteidigung, ich mach's nicht. Da ist Felix. Ähm, warte, warte, warte. Ne, geh weg, nimm die Diggel aus der Hand. Oh. Michi, das Dings, alle. Hm? Ich glaub, tatsächlich diesmal... Felix! Alter! Ah! 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 Das war's abgeschickt. Gab's gar keine zwei Traitor? Warum hat denn Felix jetzt auf alle geschossen? Ne, das hat doch gerade Traitor gewonnen. Das war ich. Hä? Ich hab... Wer hat noch auf wen? Es war gar nicht Felix. Felix hat sich auf alle geschossen. Felix war nicht Traitor? Nein. Ne, ich war's. Deswegen war ich halt verwundert. Warum hast du mich echt geballert, Felix? Weil du wundet fast. Ja, weil Chris auf mich geschossen hat. Ich hab hab's nicht geschossen. Oder werde. Ne, du hast... Ich glaub du hast auf mich geschossen. Aber ich dachte gerade schon, das wär noch in der Runde passiert, ey. BAM! Im Windelrund fällt einfach einer runter. Na, Chris, klettern kriegst du nicht. Ja, ne. Ich bin nicht Felix. Heute nicht. Ich habe... Oh! Alter, 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 Alter! Ich schieße die Knappen! Ey! Felix, geh weg! Ich hab meine AR-15. Super Waffe. Boah! Soll ich noch eine Digi? Ja. Felix, ist in der Schublade? Jo. Geil bestätigen. Schlatschub. Oh, moin. Ja. Ey, ich hab Hunger, ich hab Hunger! Alter! Ich dachte, du hast doch irgendwie geschossen, ey. Ich hab auch die Dinge geschossen. Ah, Leute. Vor allem. Ey, ich schieße. In dem Moment. Ah, ah! Hinter dir, Chris! Ja. Oh, Felix. Ja, ich weiß, ich weiß. Moment. Telefon. Irgendwo anders habe ich noch ein Hühnchen gehört. Moment. Na, Michi? Du blöde Sau. What the fuck? Haha! 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 Halt! Halt! By the way, es ist Michi, Chris. Es ist Jordan, ja? Ja, halt. Jordan hat einen Boomerang in der Hand. Ja! Weil ich den von Felix hab. Ja, würde ich auch sagen. Blöde Kacksau, ey. Warum, wo ist das scheiß Hühnchen, Mann? Es geht dich in Scheißträger an. Haha! Ich hab mal deinen Eichel, ey. Das ist meine, ey. Das ist mein... Das sind meine Hände. Äh, äh! Vielen Dank. Ich bin wieder da. Und die Thron! Geh weg! Es ist Messi! Okay. Mein Händel hat mich gerettet. Das Hühnchen legt einfach Eier. Ach, tut es das? Was war zuerst? Das Ei oder das Hühn? Wie viel hält das aus? Das Eis geht mich ab! Alter, es hält auch echt viel aus, ey. Jetzt ist es hin. Wenn es hin ist, liegt dein KFC-Bucket. Ja. Ziemlich lustig. Das erste Mal, dass ich es in der Verwendung war. Könntest du mal sterben? Was noch? Preparing. Schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich Trader werde, dass ich dann schon hinter dir stand. Ich glaub's nicht. Wie im wilden Westen standen wir uns beim Preparing noch gegen... Hallo. Oh, sorry, sorry, sorry. Irgendwie haben wir aus der Richtung halt auf mich geschossen. Ah, auf die Schublade! Ich weiß. John ist noch da. John ist da. Immer von hinten. Och, komm. Juhu. Wow. I am a Dorian, ey. Was war denn das für eine Scheiße, Alter? Ich seh nur so Dorian. Ich schau nur so, wer ist mein Twitter-Kobade? Auf Arbeit. Ja, der rotzt mich voll weg. Ja, du hattest ein Shotgun und standest beim Preparing noch vor mir, Alter. Ich hatte Überlebensangst, ja? Ja, laber mich so'n Scheiß. Du hast einfach... Du hast so'n blödes Timing, ey. Du kannst dir mal vorgucken. Du drückst einfach ab, ey, du Held. Du hast so'n blödes Timing. Kannst dir mal vorgucken. Ich hab noch jemand ne Waffe, ey. Der ist so'n Lappen, ey. Sorry, Gott. Das wollte ich doch gar nicht. Was ist oben auf dem Regal? Ich probier's mal, okay? Oben auf dem Regal? Aber es ist ganz gefährlich, darüber zu gehen. Du schenk mir grad was ein. Also, falls jemand sieht... Wer traut sich? Wer traut sich? Oh. Wahrscheinlich sucht Dorian mich schon. Hm. Okay. Ja, ich war ne Diegel. Ich stehe jetzt mal auf gute Chancen, weil ich suche meine, hat doch gar keine Waffe. Ja, Felix. Nice. Er hat gerade vor mir einfach Michi abgeknallt. Kenn ich irgendwo, ja. Nur, dass er bei mir den Bummer nicht getroffen hat. Irgendwo... Ah, da vorne liegt er. Ach ja, Michi ist übrigens auch tot, ne? Habe ich ja gerade auch nebenbei erwähnt. Wer lebt noch? Also Dorian ist es tatsächlich. Ah ja, immer ich. Ja, weil Chris hat gerade Felix weggemacht und ich weiß, dass du, äh... Ja. Okay. Also, ähm, ich hab nen Bummerang übrigens, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du Chris weggemach... ähm, genau. Wenn du Chris weggemacht hast. Oh, ich hab Schüsse gehört. Äh, das bist du. Und wo kam die Schüsse? Ich hab nämlich nicht geschossen. Oh. Deswegen, die... Oh. Oh. Alter. Oh, McTen ist geschlecht. Die McTen macht keinen Garten. Alter, Dorian, ich hab mich so erschrocken, ey. Dorian, du kannst übrigens den Bummerang mit E aufnehmen. Ich wusste es nicht, ey. Kann man das? Alter, es ist, ob der da um die Ecke passt. Kann man das? Ja, man kann den E aufnehmen. Ach so. Ich hab den automatisch aufgenommen. Ja, aber, ähm... Ich glaub, Dorian hatte keinen Platz und deswegen... Aber man kann ihn dann trotzdem mit E aufnehmen. Ah, okay. Nice. Warum liegt hier nur ne Scheiß-McTen überall, Alter? Ich kann die... Granate. Kacke. Granate. Granate. Oh, wow, wow. Granate. Renate. Renate. Oh, da kommt keiner mehr hoch. Huch! Pff. Ich brauch ne bessere Waffe. Ich brauch ne bessere Waffe. Ah! Ich hab mich selber angezündet. Bist du tot? Ne, der, der, der geht ja nur rum. Äh, aber da ist jemand tot. Wo? Wo? Weiß nicht, ich hab doch, ich hab grad jemand gehört. Ich bin grad noch ein Stück runtergefallen. Michi? Ja. Ich glaub, dass es Felix ist, by the way. Was? Jordan hat nen Silencer, das nehmen ihn nur Traitor. Wir sollten nicht so voneinander sein. Nein, weil Felix vorhin so komisch rumgesprungen, äh, am Anfang der Runde, das sah ziemlich nach Traitorshop aus. Ah! Ah! Ich komm hier mal weg, hol den Hund in den Minuskamm ab. Okay, wo bist du? Hier. Ja, ich werd angeschlossen. Welche Bitch war das? Von wo denn, bitte? Ja, von hinten, von den, äh, anderen Räumen. Wo? Ist es hinter dir? Ja. Das kann das auch sein, aber, von da vorne wurde ich angeschlossen. Bin grad am Rauchen, deswegen, ich beweg dich extra, dass ich nicht im Traitorshop bin. Mhm. Ja, Mausbewegung geht ja nicht sonst. Ja, stimmt. Laufen kannst ja trotzdem. Okay, einer ist halt wirklich tot. Okay. Michi! Nein! Was? Oh! Hast du überlebt? Ja, aber ich hab so viel Heil und du kannst mich umpusten. Ja, dann wird's Felix sein. Okay. Was? Dorian? Okay. Okay. Ich hab doch gesagt, es ist Chris. Ich hab doch nicht. Ja, ha! Tschüss. Ich hab Schein, was of mir gespielt. Ich hab doch gesagt was. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Ich hab dich das. Ich hab dich das. Vielen Dank.